Sonntag, 25. August, 15.30 Uhr, RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt, 2 zu 1. Peter Kulachi, Willy Orban, Ilpamia Conte, Lucas Klosterman, Nordi Mugidele, Markel Haarsenberg, Markel Sabitzer, Christo Hernikuku, Iko Deme, Fusuf Paulsen, Timo Werner, Kevin Krabb, Dashi Kamada, Sebastian Rode, Marco Makoto Hasibi, Dominik Korach, Dian Kofikik, Kunkalo Kania, 20.21 Uhr, so. Antisch.